Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Party mit dem Minispiel Kugelklauber. Da müssen wir die Kugeln mit einem Magneten aufsammeln und in unser Loch befördern. Let's go. Oh, bei mir sind direkt goldene Kugeln, das ist schon mal schön. Nehmen wir direkt mit. Oh, können wir auch die zweite mitnehmen. Nice. So, da haben wir schon mal ordentlich was mitgenommen. Oh, wir brauchen neue Kugeln. Oh, goldene, goldene, goldene. Oh, nehmen wir direkt wieder zwei mit. Sehr schön. Oh, da ist wieder was goldenes. Oh, fünf Sekunden. Oh nein, die goldene haben wir verloren. Aber den Rest haben wir mitgenommen. Nice, 44. Goldene wären wir eigentlich noch drin gewesen. Neuer Rekord. Uh, neuer Rekord. Nice. Läuft. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Minispiel.